Moin moin Freunde und willkommen bei einem neuen Video von mir. Lasst uns erstmal loslegen mit dem Meisterschafts-Event und die Belohnung. Bezüglich des Meisterschafts-Events, da gucken wir mal nach, was wir so kriegen. Und zwar gehen wir hier jetzt auf Jubeln und dann können wir hier Belohnung erhalten. Einfach klicken und zack, dann kriegen wir die Gaia in Gaia-Sporttasche. Okay, wir kriegen sogar eine Sporttasche dafür, auch nicht schlecht. 254 Gaia kriegen dafür, können das Ding direkt einlösen. Leider Gottes 30 Tage ablaufbar. Ich könnte die Renteritsch auch verkaufen, aber ich brauche die selber, deswegen lösen wir die einfach hier ein. Und zack, da haben wir die Gaia gekriegt von dem Meisterschafts-Event. Jetzt wird erstmal wieder das Wons zusammengekramt. Wir haben derzeit 4,8 Wons. Mal schauen, was wir gleich haben werden, wenn ich alle Shops durchgegangen bin. Auf dem ersten Schach haben wir 2,6 Wons. Auf dem zweiten Schach haben wir 13, naja, 14 Wons und 10 KK. Im dritten Shop 2 Wons und 23 KK. Im vierten haben wir 5 Wons und 98 KK. Und im letzten sind es immerhin nochmal 1 Wons und 39 KK. Und am Ende kommen wir auf geschmeidige 29 Wons, die wir wieder eingenommen haben heute. Die nächste Schlangenrüstung geht verkauft und zwar der 1 DSS 2 Mob Schlangenmantel für 120 Wons. 64 Silber und 10 Gold. Das sind so circa 140 Wons am Ende. Auf jeden Fall, danke dafür. Mal schauen, ob das Reit hier heute möchte. Wir haben jetzt 72 Pferdefutter am Start. Pferdelevel erhöhen und jetzt bitte klapp einfach. Das wäre sehr, sehr toll. Und es hat fehlgeschlagen. Jetzt brauchen wir 100 Geier. Mann, nee. Ebenfalls schauen wir nach den Söldnern hier, ob irgendwas klappt. Erste fehlgeschlagen. Uh, eine geklappt. Eine 12er. Eine 10er fehlgeschlagen. Nächste 12er fehlgeschlagen. Die 15er hat auch fehlgeschlagen. Schade, aber wir haben 12er erfolgreich gekriegt. Mal schauen, was wir aus den Truhen kriegen. Schmuckstahlplatte. 2 Stunden Handschuh des Diebes und nochmal ein Handschuh des Diebes. Und hier kriegen wir raus. Gute Präzision, Talentrank und ja, Alter, das war ja mal komplett Schmutz. Es ist Weihnachten, Freunde, und ich verlose heute hier in dem Video 10 Codes, womit man 100 Battle Pass Erfahrung kriegen kann. Man kann diesen Code nur einmal einlösen. Also jeder kann nur einmal gewinnen. Also, falls ihr schon mal gewonnen habt bei mir, könnt ihr dementsprechend nicht mehr mitmachen. Also, falls ihr noch nicht gewonnen habt, schreibt einfach mal einfach eine 100 in die Kommentare und schon nehmt ihr beim Giveaway teil. Als Hinweis, wenn ich meine 10.000 Abonnenten geknackt habe, gibt es nochmal ein richtig, richtig fettes Giveaway. Aber bis dahin seid gespannt. Ich bin auch schon voller Vorfreude drauf. Und ich hoffe, wir knacken die 10.000 Abonnenten schnell. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch erstmal ein schönes, frohes Fest und schöne Weihnachtstage. Und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir weiter mit dem Video. Mein Main ist wieder auf der Handels-Map. Ich habe gerade wieder mein ganzes Zeug rübergegeben, beziehungsweise ich habe gerade schon einige Zweihandwaffen und so weiter rübergegeben. Die Fächer verkaufe ich gleich direkt an einen Kollegen von mir, damit die direkt verkauft sind. Und den ganzen Mist verkaufen wir gleich erstmal bei der Gemi, weil das brauchen wir halt überhaupt nicht. Und das ist auch einfach nichts wert mehr. Die ganzen Fragmente habe ich ja alles schön sortiert. Die packen wir auch so wieder schön auf die Spots drauf, weil die hier im Zornhauterpack waren. Da habe ich die ganzen auch schon im Shop gestellt worden. Mysteriöse Steine sind nichts wert, gereinigte Kerne sind nichts wert. Alles auf dem Boden. Achtet darauf, dass ihr nicht abgezogen werdet. Damit als Hinweis nochmal. Ich kann das einfach nicht oft genug sagen. Ja, und die Sachen hier werden gleich alle noch bei der Gemi verkauft. Und dann ist das Inventar auch wieder schön frei, um gleich wieder in den mysteriösen Dungeon zu gehen. So, die vier Sachen noch auf die Seite, damit ich weiß, was was ist und ich durcheinander komme hier, bevor ich irgendwas vergesse zu verkaufen bei der Gemi. Noch drei Sachen, noch zwei Sachen und das werden wir dann gleich alles bei der Gemi verkaufen. Wie viele Waffen haben wir eigentlich wieder hier am Start? Ein Slot Waffen. Die zwei Slot Waffen haben wir, wie gesagt, schon auf den Chars verteilt. Wir haben hier auf der Seite 16 Ein-Slot Waffen. Hier haben wir dann nochmal ein paar Weha. Ein paar 5 haben wir hier. Hier haben wir 10. Ähm, ja, wir haben 20, äh, 22. Das heißt, wir haben 38 Stück hier. Und hier haben wir gar keine. Also 38 Ein-Slot Waffen sind dann so gesehen knapp drei Waffen. Das ist auch nice. Lang, lang ist her. Ich mache mal ein paar Schimmerne Muscheln auf. Ich habe irgendwie Bock gerade drauf. Vielleicht haben wir ja Glück. Insgesamt waren es 73 Stück, die wir aufgemacht haben. Also 73 Steinstücke müssen da gleich liegen. Mal gucken, wie viele es am Ende werden. Wenn eine Schimmerne weiße rauskommt, sind wir schon im Profit. Das wäre cool. Und wir haben insgesamt fünf Perlen gekriegt. Oh, das ist ein gutes Zeichen. Lasst es eine weiße sein. Eine weiße, perfekt. Hätte nicht besser laufen können. Als Info nochmal. Am 25. Folgt dann auch mal ein Tiger Ghost Video. Und am 26. Und 27. Werden wir die Ziele für das kommende Jahr mal durchgehen. Finde ich eigentlich auch ganz interessant, was für Ziele ich mir setzen möchte. Da werde ich mir auf jeden Fall noch Gedanken machen. Und ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Und natürlich wird der Schlangenbogen auch in Betracht gezogen. Mein Suga steht vor der Tür. Und natürlich vieles mehr. Aber dazu dann mehr in den kommenden Videos. Und ich hoffe, dass es bis jetzt hin schon mal so gefallen hat. Und ebenfalls jetzt schon mal noch als Info für das kommende Jahr. Aber es wird nur noch alle zwei Tage Videos geben. Weil ich habe ja versprochen, dass ich den kompletten November und den kompletten December jeden Tag ein Video bringe. Und ich habe gemerkt, dass es schon echt viel Arbeit, wenn ich noch nebenbei am Arbeiten bin. Deswegen werde ich das Ganze erstmal ein bisschen reduzieren. Dann gibt es alle zwei Tage Videos. Auf jeden Fall diesen Tempo werden wir auf jeden Fall permanent beibehalten. Also da macht euch keine Sorgen. Es wird definitiv nicht weniger als zwei Videos. Zwei Videos. Nee, ein Video pro zwei Tage. So, Entschuldigung. Und dann werden wir weitersehen. Also da macht euch keine Sorgen. Ich werde da jetzt nicht irgendwie eine Woche Pause machen. Sondern wirklich alle zwei Tage wird es ein Video geben. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. No, ich habe keine antike Steine mehr. Das ist natürlich jetzt komplett RIP. Ich muss welche kaufen. Mal jetzt einfach mal eine generelle Frage hier ins Video gedroppt. Und zwar, wer von euch schaut Animes? Und dann schreibt einfach mal in die Kommentare, was euer Lieblingsanime ist. Interessiert mich einfach mal, just random. Und ja, ich bin auch ein relativ großer Fan. Ich habe auch ein paar wunderschöne Sachen. Und wie dieses T-Shirt hier davon habe ich mir ein paar gekauft. Finde ich ziemlich nice sowas. Und ja, wer von euch sowas auch hat oder irgendwelche Figuren oder sonst was, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Würde mich halt einfach mal interessieren, wer auch so ein Nerd ist wie ich. Oh, es gibt nichts Schöneres als zu sehen, dass es Antike für 70 Karakter gibt derzeit. Apropos, bevor ich weiter kaufe, mal gucken, ob es überhaupt Granat gibt für 70. Oder auch drunter. Ne, gibt es nicht. Okay, dann kaufen wir Saphire weiter. Dann werde ich mal so 5 oder 6 Stück erstmal kaufen, dass wir wieder ein paar am Start haben. Alchi ist wieder aufgefüllt auf komplett 24 Stunden. Einige Saphire haben wir jetzt auch wieder am Start. Damit reichen die auf jeden Fall für morgen und übermorgen, wenn ich die roten Corsi noch habe. Was ich noch machen muss, ist die Core-Quest abholen und so weiter. Nochmal fix meine Söldner losschicken. Das habe ich heute noch nicht gemacht. Ich habe meinen Ausdauer schon gefarmt. Mal schauen, was es für Söldner-Quests heute gibt. Hier haben wir eine Level 12er-Quest. Die schicken wir schon mal los. Da haben wir nämlich den richtigen Söldner für. Ansonsten sieht das diesmal gar nicht so gut aus mit den Quests. Hier haben wir eine 15er gehabt. Da schicken wir gleich auch noch eine los. Aber ansonsten gibt es keine, wo wir darauf achten müssen. Dann packen wir jetzt einfach die hohen Quests hier einfach mal durch. Eine 15er haben wir hier. Die 10er haben wir hier. Die schicken wir dann natürlich auch los. Haben wir noch eine hohe? Ich glaube tatsächlich, da war keine mehr. Ne, es gibt tatsächlich keine hohen Quests mehr. Doch eine 10er haben wir hier noch. Dann schicken wir die auch noch los. Mal gucken, ob es irgendwo Monster-Karten noch Boxen gibt. Da haben wir eine. Dann schicken wir die noch los. In Level 1er war das sogar. Okay. Fragmentkisten sind nichts wert. Hier haben wir drei Stück. Dann schicken wir die natürlich auch noch los. Ich hoffe, dass wir die kriegen. Hier haben wir keine. Hier haben wir hier welche. Hier haben wir Zufallstruhen. Hier haben wir keine. Und hier haben wir keine. Damit müssten das alle gewesen sein. Jo. Und dann warten wir mal wieder. Mittlerweile gehe ich auch in eine andere Kammer, weil da es immer frei ist. Und ich brauche da nicht mal CH durchswitchen, weil der Spot oben immer mittlerweile besetzt ist, ist das schon ein bisschen kacke. Und da ich ja jetzt meine Widerstand-Mobrüstung habe, gehe ich immer hier unten an dem Kreuz hin, wo gerade hier mein Mausen zeigt. Aber da laufen wir jetzt erstmal ganz geschmattig hin. Da sind auch ein paar mehr Monster drin, ein paar mehr Fairness auch. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich halt die Widerstand-Mobrüstung habe, kann ich dort ganz, ganz entspannt stehen und ebenfalls farmen. Nein, Simply, da muss ich mich nicht umloggen. Da sind nie welche. Richtig, Simply, da sind nie welche. Hier sind auf jedem Kack-CH jetzt plötzlich welche. Und vor allem auch ein Kollege von mir. Wieso weiß ich sowas nicht? Verdammt nochmal. Jetzt haben wir Gott sei Dank einen freien CH gefunden. Wie ihr seht, die Kammer ist relativ gut gefüllt. Die Mops sind schon fast alle down. Also das geht schon relativ fix. Mehr Fähren sind hier auf jeden Fall am Start. Aber das ist natürlich kein Problem, wie gesagt, für uns. Und ja, an dieser Stelle war es das dann auch mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und ja, wunderschöne Weihnachtstag. Und ja, wie gesagt, morgen gibt es dann wieder ein Taigus-Video. Und falls ihr mit Taigus anfangen wollt, schreibt mich gerne in den Discord an. Dann schicke ich euch gerne ein paar Codes. Und ja, ansonsten war es das mit dem Video. Euer Simpli. Ciao, Freunde.